Willkommen zur Morgendämmerung im Göttinger Wald. Gerade sind hier zwei Rehe im Zickzack durch den Wald gelaufen. Da hat wahrscheinlich ein Bock spielerisch eine Ricke gejagt. Und das Reh, was ihr gerade in der Aufnahme gesehen habt, das ist da so langsam hinterher getrottet. Ich wollte mir heute mal die Frühblüher-Teppiche angucken und mal schauen, wie weit der Bärloch jetzt vorangeschritten ist. Und wenn ich noch ein paar Wildtiere sehe, dann freue ich mich natürlich auch. Also schauen wir mal, was heute passiert. Und dann schauen wir mal, was heute passiert. Und dann schauen wir mal, was heute passiert. Ich bin mir vor, was heute passiert. Ich bin mir vor, was heute passiert. Ich bin mir vor, was heute passiert. Auch hier leider keine Rehe. Ich bin mir vor, was heute passiert. Ich bin mir vor, was heute passiert. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020